So, es geht weiter in Mission 7, Rascos Realm Heart Attack. Wir müssen im Prinzip nur Rascos Dungeon Corps verteidigen, der hinter unserem ist, ganz gut geschützt, vor allen Dingen durch unsere ganzen Defenses, also unsere Bombards, unsere Ramparts. Die verteidigen auf jeden Fall ganz gut hier und unser Ziel ist es nun noch, mit unseren Einheiten vorzurücken und das Imperium komplett aus Rascos Realm zu verdrängen. Und das machen wir jetzt. So, wir bauen jetzt hier noch die B-Stand aus und dann wollen wir uns auch langsam mal in den Final Rush begeben. Der Level 10er war ja schon da, den haben wir ja schon gesehen, den kriegen wir bestimmt auch noch weggemacht. So, das ging schnell. So, die hält jetzt, weiß ich nicht wie viele Biest da. Steht aber auch nirgendwo. Sehe ich zumindest gerade nicht, aber das ist okay. Wo wird denn gekämpft? Ja, hier irgendwo wahrscheinlich. So, mehr Minions. So, mehr Minions. Und nochmal das hier, das war cool. Geld haben wir eh viel zu viel, von daher gestehe es kein Problem. Wer bist du? Du bist doch dein Level 10er hier. Komm her, ich fress dich. Ich hau dich mit Blitzen. Ich mach dich blöd. Was machen meine Minions denn was? Ja. Ja. Jetzt hauen wir mal Blitze in den Räumen hier. Guck mal, wir sind schon bei der inneren Blume. Guck mal, wir sind schon bei der inneren Blume. Aber, wir haben gleich alle Blitze in ihn reingehauen. Das ist ein Zwerg. Geil. Der ist cool. Ja, ja. 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 Das, der wütig. Geil. Undelar. Dann hat er viel zu tun. Wer ist das? Ich schluss. Ich schluss. Und nichts mehr. Ich schluss. Ich schluss. Ich schluss. Diesen Heiligen. Das ist viel zu dir zu beantworten. Hey. I have a feeling we're about to return to Kylos with a bang. Close your eyes and think to yourself, there's no place like home. Farewell, Raskos. You have disappointed me. They've claimed a minor victory, but we shall make them pay a hundredfold for their schemes. Let us return to Kylos to teach them an unforgettable lesson. Okay, so we have Raskos defeated. Erfolgreich. War auch jetzt gar nicht so schwierig. Also im Nachhinein hätte ich gesagt, das kann man wohl auch schneller machen und toller. Und ich meine, man muss ja nur diese paar Level 6er und Level 10er da wegschmeißen. Eigentlich, äh, wahrscheinlich kann man das einfach mit einer Biest dann ziemlich gut schon rushen. Die baut man am Anfang, zack, zack, bumm, bumm, bumm und dann fertig. Ein paar Defenses braucht man für die Level 2er, nehme ich mal an. Aber die waren jetzt auch nicht so das Problem, also ein paar, ähm, ein paar von den Bombards und dann waren die ja weg. Das geht schon. Ich hatte mich jetzt auf mehr eingestellt eigentlich und vorbereitet so ein bisschen. Naja, war schon okay. Ich hätte auch so gerne noch mehr gebaut und mehr Platz zum Bauen. Oh, wenn man Platz zum Bauen hat, kann man so schön bauen, bauen, bauen. Das macht Spaß. Und ich hätte gerne gewusst, dass das mit dem Ritual jetzt auf sich hat, da, ähm, das, äh, Sacrifice, was wir gemacht hatten. Ist das hier auch aufgelistet? Ne. Schade, das Sacrifice hätte ich gerne mal, äh, erfolgreich ausprobiert, um zu sehen, was das macht. Das weiß ich nämlich noch nicht. Naja, und jetzt kommen wir wohl, wir kommen wohl zurück. Weiß es nicht genau. Können wir noch was erzählen? Ne, als nächstes geht es hier weiter. Mission8 Royal Crypt Desecration. Oder so. Aber, wie immer, eine Mission pro Aufnahme-Session. Und Don Ff noch Feierabend. So auch hier. Also sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.